Ah, yeah! Servus! Freunde, ich darf euch hier ganz herzlich begrüßen. Willkommen zu Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Ja, wir sind wieder da. WTF, Digga? Naja, der hätte ich aber auch gemeldet. So, auf jeden Fall ab der 22. Runde. Also, da war dann die Schnauze voll und ich musste hacken. Schade, dass wir jetzt keine andere Kamera machen. Können wir das? Naja. Alter, da kriegst du ja Drehwurm, Digga. Oh, guck mal auf die Karte, ey. Also, ich habe wieder ganz herzlich begrüßt. Alter, da kriegst du ja echt... Digga. Was soll das für ein Hex sein? Mal gucken, warte mal. Der hat 38,13. Ja, moin! Alter, der macht keine Kids, oder? Irgendwie. Was soll das sein? Mal gucken. Schade, mein Herr! Ich blöde es! Digger, was ist das? Was ist das? Das stand bestimmt, dass du in Overwatch nicht sagst. Aber äh... Erreißt jetzt gerade gar nichts, wa? Entweder trollt er jetzt die teammates, weißt du? So, mit Absicht, dass der scheiße ist, oder so? Wie kann man denn so spielen? Ich weiß nicht, ob der das hier auch so sieht, oder ob der das dann normal sieht, so wie manchmal. Alter, das mit den Treppen, Junge. Alter, da kriegst du ja Hyperhype-Flash. Alter, als hättest du gekifft, Junge. Alter, wird viel zu viel gerade. Da kann ich gar nicht hingucken. Alter, was ist denn das, Junge? Alter, das sah aus wie ein Loch gerade. Das ist so, als würdest du da runterspringen. Alter Schwede. Ja, was ich vergessen habe zu sagen ist, wir kommen auf Mirage. Mirage ist auch so eine gerne Map, die, äh, ja. Alter. Das soll wahrscheinlich zur Verwirrung sein, wa? Ich glaube, der läuft ganz normal. Alter, jetzt ist er wieder bei den Treppen. Boah, Alter. Ich glaube, der spielt ganz normal, aber irgendwie soll das halt so zeigen, dass er, dass man das nicht erkennt, aber wenn man das schon sieht. Weißt du? Alter. Geh doch mal weg von diesen Treppen. Das ist ja... Alter. Ich habe manchmal echt keine Ahnung, wo der ist, ne? Jetzt ist es schwierig zu sagen. Ja gut, also, ich kann jetzt nicht viel sagen, weil ich nicht so viel sehe. Alter, wenn jetzt alle Videos so, also, alle so hacken, oh, Junge, da bist du ja bescheuert. Ist mir egal, was ich gesagt, Freunde, ich drück den irgendwas, weil sowas geht gar nicht. Ja, das war's schon. Also, äh, Zielhilfe, Sichthilfe, Zielhilfe mache ich ja an, externe Hilfe und das mache ich nicht, so. Alter. Das war aber auch jetzt 4 Minuten, 5 Minuten Video. Alter. Also, ja, äh, das war schnell. Äh, ich weiß nicht, ob wir noch eins gucken können, also bei 15 Minuten. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir machen noch eins, ob es, na? Kommen wir mal eins. Boah, da müssen wir jetzt aber kurz warten, Freunde. So, dann können wir ja hier mal gucken. Ich habe nämlich ein bisschen vor, wieder was zu kaufen auch, aber eigentlich ist es dann los, wieder zu kaufen. Ich glaube, ich sollte auch mal die hier nehmen, die würde ich eigentlich mal beide nehmen, wieder. Aber die 5-7 ist halt schon nice, aber probier mal die. Ja, den Revolver, den kann man ja auch nicht brauchen. Was haben wir da noch? Guck mal, wie viele Kisten ich habe. Freunde, ich habe so viele Kisten, aber keine Kiste mehr aufgemacht. Das Schlimm ist das. Schlimm. Ich weiß nicht. Ich sehe daran auch keinen Sinn mehr, weißt du. Obwohl. Diese Handschuhkiste. Extrem geil Waffen sind. Die ist vor allem auch nice, obwohl das ein blauer Skin ist. Die ist geil, die ist nice, die ist nice, schon nice. Und so ein schwuler Handschuh, ganz ehrlich, das ist so lächerlich eigentlich. Ja, aber gut. 2,25 Euro. Vereinschlüssel. 2,25 Euro. Das ist... Da kriegst du sogar... Du kannst dir einen Energy kaufen, weißt du. Am besten Fallen so einen billigen, kannst du dir mehrere kaufen für 2,25 Euro. Das ist schon... Das ist ein stolzer Preis, ey. Kein Wunder, dass es so quasi Gambling-Seiten gibt oder sowas. Das ist ja... Das ist traurig, ey. Freunde, wenn ich das so sehe, krieg ich irgendwie ein bisschen Lust zu spielen. Deswegen beende ich den Part und starte mal eine Runde. Was haltet ihr davon, hä? Also, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge von Overwatch. Das war eine schnelle Runde. Ich hoffe, es hat euch ein wenigermaßen gefallen. Auf jeden Fall geht es erstmal zum Augenarzt. Das muss ich auch tun, weil das war ja... Junge, Junge, Junge. Äh, ja. Bis dahin. Macht das gut. Tschüssi Kowski. Euer Sepp, euer Flo. Bis dann. Ja, wir sehen uns ins Bild. Stemos imaldo Tunします. As alt- und puis sollen. Bescheid es Ihnen geht irgendwie. Aber ja.